ja toll begeben wir uns hinter einen schleier der uns mit unseren geheimen dingen alleine lässt zeig mir dann als objekt einer begierde und ich werde dir die bedeutung des wortes versuchung klar machen mach dich bereit denn unsere leidenschaft wird fließen wie das blut in den adern und am ende wirst du dazu bereit sein den süßen schmerz willkommen zu heißen begeben wir uns hinter einen schleier das hört sich ganz nach maske an ich muss sicher die reihenfolge richtig machen der uns mit unseren geheimen dingen allein lässt zeig mir dann das objekt deiner begierde und ich werde die bedeutung des wortes versuchung klar machen jetzt ist an die frage macht dich bereit denn unsere leidenschaft wird fließt wird fließen wie das blut in deinen adern und am ende wieder zu bereit sein den süßen schmerz willkommen zu heißen ok dann weiß ich schon dann ist es nicht so schwer so maske verschleierung dann die versuchung dann die leidenschaft und dann das süße schmerz ich muss es aufs geholt wird nachher düsen extra alles wir attack dich denn sie schmerz wo und okay ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das gehört da her und du gehörst darauf genau und jetzt da würde das dann so können oder das scheint nicht zu funktionieren ja perfekt so das haben wir mal das gehört auch daher wo sie ist jetzt habe ich erst das falsche rüber geholt ich zucke aus so das ist der kette da her das ist der kette darüber oder ich schau kurz einmal da Ah Gott! Ach nö! Jetzt muss nur noch das daher und das bleibt da rechts. Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt bekannt, ob man damals steht, oder? Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es weiter. Ja. Ja. Ja genau. Ist das ein zweiter Schlüssel, oder wie? Oder was? Oder wo? Jetzt haben wir einen Schlüssel. Ja. Sehr gut. Ja. Jetzt wird gespeichert. Ja, jetzt wird gespeichert. Ja. 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 Du Schwein! Du hast ihn gegen gutes Geld gedeckt, stimmt's? Weißt du überhaupt, wie viel ihr leben lassen musst, ne? Wenn du dir die Taschen vollstabst, das willst du büßen. Aber natürlich darfst du erst telefonieren. Du ehelndes Schwein! Da hat er einen Kiefer da zusammen. Das ist keine gute Idee. Ich habe ihn gerade vermöbelt und sollte lieber die Beine unter den Arm nehmen. Na dann gehen wir. Aber wohin? Ich habe jetzt absolut Kanon. Gruß! Hallo, mein Freund. Was ist los? Sie sehen ja aus, als hätten Sie Gespenster gesehen. Es gibt schon wieder ein Opfer. Wo ist die Leiche? In der alten Wäscherei. Aber die Brücke, die dahin führt, ist seit Jahren kaputt. Hören Sie, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich Sie darum bitte, aber könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ich habe wirklich keine Zeit. Zeit ist genau, was ich brauche. Bitte informieren Sie Skullnick nicht sofort. Geben Sie mir einen kleinen Vorsprung. Würden Sie das tun? Na schön. Fünf Minuten. Mehr aber nicht. Danke. Passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen. Ach ja, auf Wiedersehen. Na, bisschen schneller. Ich habe ganz vergessen, wo das war. Ähm... War das bei der Brücke? Genau da oben war das. Eine alte Wäscherei. So wie die aussieht, wurde da sicher seit Ewigkeiten nichts mehr gewaschen. Ja, ich sehe Schissblut. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Die Ausnahme von der Brücke. Ich habe eine Sorry. Die Bandsche. Die Bandsche. Die Bandsche. Herr Rücel. Die Bandsche. Die Bandsche. Die Bandsche. Die sind gefrastet, jetzt hat er das ruiniert auch noch. Ich habe eigentlich keine Lust nass zu werden, vielleicht kann man das Wasser hier irgendwie ablassen. Bloß nicht nass werden, viel zu viel Aufwand.